da sind wir wieder bei lego harry potter schön dass wieder eingeschalten habt auch wenn ich immer noch nicht weiß wie ich da hochkommen soll aber naja es ist eben wie es ist wir kommen da nicht hin und ich kann ich verstehe auch nicht warum kann ich mit einem mit der taschenlampe nicht springen das ergibt für mich irgendwie ja keinen sinn zumindest nicht in meinem kopf dann können wir diesen ritter da ihn noch nicht so ganz befreien oder reparieren wie man es jetzt auch nimmt war aber auch nicht unbedingt meine oberste priorität oberste priorität für mich ist voranzukommen und wo war denn hier das war nicht hier wo komme ich denn da hin zum 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 gemeinschaftsraum würde ich gerne um dort ein paar schüler not zu retten ich kenne da mindestens zwei die ein bisschen hilfe brauchen aber ich mag diesen zauber schon jetzt sehr moin hagrid was geht ok gespenst wo führst du mich hin was zum teufel hat das vor jetzt bin ich schon wieder hier ich will hier gar nicht sein hör auf damit gehen wir wieder nach hogsmeet bestimmt oder ja wobei es ist ein bisschen eine andere richtung habe ich das gefühl oder auch nicht hätten zum bahnhof was wollen wir denn am bahnhof das ist ja seltsam das ding hier kann ich glaube ich immer noch nicht kaputt machen war das nicht dass hier nein ich kann das diese box nicht zerstören oder nein schade ja mann ich soll soll ich jetzt wirklich wieder zurück das schuljahr ist doch noch gar nicht vorbei oder sind ferien oder was verstehe ich nicht ja ja der gute alte fuchsbau oh lupin kriegt gerade ein bisschen probleme safe würde uns alle fressen jetzt und da steht sogar lego drauf wie geil könntest du jetzt mit diesen verfluchten keks einfach essen ihr seht es nicht aber hier hinterm mikrofon ich kau schon mit toll run du hast alles versaut ok ich will auch ein keks also aber ich muss schon sagen hier schaut es aus wie sau zuallererst lauf ich hier durch und hau mal alles kurz und klein was ich krieg kann ja nicht alter was ist denn mit dem telefon los so ich glaube ich muss sowieso mehr hier als a verarbeiten kannst du kannst du vielleicht die waschmaschine einfach mal reparieren was war das hier oder war es nicht na gut dann eben nicht so mach mal hier wasser vielleicht hier oben muss wasser ok und jetzt was soll dieses geblubber im hintergrund bedeuten jetzt weiß ich was bist du überhaupt ja aber da passiert doch weiter gar nichts außerdem hatte ich diesen zauber nicht mal ausgewählt ich wollte hier guck den da funktioniert bloß wasser da oben bräuchte man schwarze magie ich denke so oder nee das ist gar nicht schwarze magie das ist das hier stimmt oder habe ich recht nur passiert hier nix warum will der ständig bloß den wasser strahl was ist denn mit ihm ich kann doch hier nicht alles nass machen oder kann ich hier alles nass machen ich frage den freund ich weiß nämlich tatsächlich sonst auch gar nicht so wirklich weiter ach jetzt ist das hier endlich mal weg und ich komme hier an ähm oh ein wappenteil sehr schön was bekommen wir hier offensichtlich nix anständiges schau mal aber kannst du hier vielleicht mal das dinge da aufmachen sorry harry aber du warst gerade hart im weg ach ich soll das in die waschmaschine packen damit die wäscht sagt das doch gleich und jetzt ist auch diese komische blume oben weg so sonst noch was ist hier was grünes nee das ist bloß ein knopf gut der knopf ist mir natürlich eigentlich egal was ist das hier damit passiert überhaupt nix ich tippe ja auch immer noch hier drauf die schwarze magie ich habe keine schwarze magie uns fehlt noch die hose ich weiß aber nicht wo die hose sein kann schon mal kannst du irgendwas reparieren ja er kann hier was reparieren toll das wird aber nicht angezeigt das ist doch blöd okay was zum teufel ist das ehrlich jetzt wofür ist dieses ding da keine ahnung ist mir jetzt auch egal so was ist hier oder was ist hier werden noch alles sonst ist bloß schwarze magie die von uns niemand beherrscht unglücklicherweise aber ich sehe sonst nichts rumliegen oder sonst was äh ja was ist das hier hey schau mal kannst du hier vielleicht bringt das was ich meine es dampft so komisch oder muss artha hier wieder reparieren geh mal weg lass mal ein profi ran klar da muss wieder geschraubt werden das war ja irgendwie logisch super wir haben einen staubsauger darauf habe ich so lange gewartet was wird das hier das ist schon irgendwie 10.000 mal um die ecke gedacht okay wir bauen uns einfach selber eine hose natürlich warum denn auch nicht so waschmaschine bist jetzt glücklich hau ab ich weiß schon warum ich keine wäsche wasch boah kuchen keule was macht ein deal ich habe dich nicht eingeladen leute ihr habt bestimmt alle einen wassertauber macht das feuer doch einfach aus okay ich bin nicht mal als harry hier denkt dran dass professor lupin als werwolf besondere fähigkeiten hat okay wenn ich es nicht vergesse wir versuchen hier erstmal ein bisschen feuer zu löschen höchstwahrscheinlich ist das sinnvoll cool aber hauptsache die blumen leuchten die blumen sind wieder da können wir hier das ding irgendwie reparieren also ich anscheinend nicht ist das da drüben arthur ich glaube arthur brauchen wir dann schauen wir einfach mal was haben wir denn für besondere fähigkeiten als werwolf ich wollte schon immer mal ein werwolf sein können werwölfe beispielsweise durch feuer laufen nein können sie nicht aber gut ein versuch was wert hierfür bräuchte ich erst so eine komische brille die ich nicht habe was ist mit euch so viele sachen die mir nichts bringen ich glaube tatsächlich wir müssen hier erstmal alles auseinander legen damit uns hier nichts entgeht nicht dass hier noch irgendwo was wichtiges und interessantes rumliegt so was ist mit dieser lampe beispielsweise nichts ja damit könnte man sicherlich was löschen aber dafür müsste man irgendwie sachen sehen die ich nicht sehe kann die irgendwas sehen hat die zufälligerweise eine krasse brille oder so auch nicht so was ist das hier klar erstmal ein bisschen brennholz dann möchte ich ganz gern wieder den lieben werwolf ähm hallo aus irgendeinem grund wollte er sich grad einfach nicht verwandeln ach jetzt er wollte halt nicht gleich jetzt mal diesen griff brauche ich aber dafür muss ich muss mich halt jedes mal hin und her verwandeln das ist doch nervig weil nur als werwolf bin ich jetzt wieder stark genug ach so jetzt haben wir hier die brille die setze ich auf dann sehen wir hier nämlich mehr dann schauen wir mal hier hinten lag irgendwas was auch immer es sein mag was auch immer es sein mag schaut fast aus wie ein tank komm mach das ding voll liegt hier ich glaube hier liegt noch mehr rum das muss da bestimmt auch noch mit hin hätte ich zumindest gedacht achso nee das muss da rüber warum auch immer warum auch immer und was dieses teil macht erfahren wir morgen in einer neuen folge bis dahin einen wunderschönen abend und tschau 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 tschau